morgen junge beziehungsweise mahlzeit ja die gt ist nicht da wir können freisprechen die hat heute eine richtige tour macht die heute mit ihrem fahrrad ja ich habe ja kein fahrrad im moment noch nicht die kapiane steck sitzt hier nur im moment im haus ja also ja gut mit dem auto fahr ich natürlich wohin aber ein fahrrad nicht ja ich weiß auch nicht siegfried was ich jetzt weitermachen ehrlich gesagt wiesig oh ja nicht wie damit weiterleben soll dass sie geht die beschissen habe ich betrüge sie permanent mit der klar ist jetzt schon das sechste mal passiert dass ich mit der klar ist einer kiste war eigentlich will ich das ja nicht mehr machen mich machte auch sauer wiste und die klar ist halt dies ja auch so ich würde auch nicht so ein bisschen verheiratet die frohlock denn noch und sagte rein sie kommen doch ja